meine damen und herren sie sind dabei es ist wieder zeit für die zwei guten tag hallo total ungezwungen heute ja im versuch rein jetzt haben wir gar nicht mit gerechnet deswegen war gar nicht vorbereitet ja meinen großen auftritt hier ja du geht auch mal ohne fünf versuche das jetzt einfach gemacht ja naja gut schön schön wieder da zu sein zu einer neunten folge die zwei viertel nach drei 85 85 folge unfassbar eigentlich also wenn man jetzt so normal ich habe das schon ein paar mal erwähnt in unserem kleinen podcast hier aber wenn man das mal revue passieren lässt ist doch das längste let's play was wir machen ja ja definitiv also ich ich muss sagen ich es ist so wenn man das play hat und gibt es auch mal tage wo ich weiß ich habe jetzt keine folge mehr und aus so einem aus so einem sagen aus so einem vernunftsding versuche ich da doch noch irgendwie was hinzuschieben weißt du so das kommt doch mal vor auch wenn auch wenn ich also wenn ich jetzt überhaupt keinen bock hätte würde ich es auch nicht machen aber es gibt so tage wo man sagt ja komm machst du noch zwei folgen und dann plätschern die so und aber so dieses sonntags treffen und miteinander schnacken und jetzt auch eigentlich also zumindest meistens weg vom 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 gaming auch wenn wir jetzt letzter zeit viele immer wieder mal drüber reden klar genau ja das ist schon was andere das stimmt definitiv genau ist schön ich freue das immer wieder wenn man sich dann trifft und man lässt sich auch ganz anders kennen also wenn wir nur zocken würden also wir reden ja über themen die hat stimmt so nie drüber quatschen würden ich glaube das macht schon aus dass man sich auch dann gegenseitig besser kennen lernt das stimmt wobei ich jetzt nicht das gefühl dass wir uns schlecht kannten oder oder so viele uffreger gab es jetzt nicht außer dass du mal magie magier war das sind so sachen womit ich jetzt nicht gerechnet hätte hast du twitter genutzt nee nee habe ich nicht nee ich wollte noch deine frau war fragen welche e mail adresse das ist okay aber ich habe tatsächlich vielleicht eine professionelle professionelle ähm wie soll ich das sagen die mich dabei unterstützt okay social media expertin nennen wir es so auch man das ist doch was persönliches sowas ja keine firma bis ja ich bin eine firma bin schon produkt mittlerweile jetzt nach dem rusting liegt schon auch ein produkt ja also wir sind ja wirklich wir wurden ja verwendet in so vielen sachen das ist unfassbar ja in diesem in diesem rust kosmos server ding weißt du ja ja definitiv also der klar sind da sind das auch feedback aber ich habe ich habe gemerkt nach jetzt all der zeit dass ich es nicht die zeit dafür habe also kein roleplayer nee darum geht es überhaupt nicht da würde ich reinwachsen also wenn die situation sich ergeben das würde ich irgendwie schaukeln also das ist mein geringstes thema sondern einfach das problem ist einfach die zeit also erstmal haben wir eine stelle gebaut wo kaum interaktion stattfinden konnte muss sich ändern ja genau und das wird ja dann mit der neuen karte auf dem server wird das sich auch ändern und ich werde es auf jeden fall schaffen einmal die woche dabei zu sein oder das ist jetzt zumindest mein plan dass ich sagen wir mittwochs dabei bin ja aber öfters werde ich einfach nicht hinkriegen weil ich einfach das auch das bedürfnis habe auch andere dinge zu machen ja also bei mir wird es ähnlich passieren also ich werde auch nicht mehr mit dem server web des startet ja dann erst wieder am 7 2 also als quasi eine woche noch gar nichts der sonntag denn da bist sowieso nicht da der letzte stream wird wird also nehmen wir dann irgendwie podcast ne bin ich nicht sowieso nicht da wegen podcast also nämlich sowieso nicht stream oder so so meine ich ja ja wir werden ein bisschen lax erhalten ja also ich sehe jetzt mal mittwoch das ist ja auch der finale tag diesem mittwoch definitiv ja genau der kommende mittwoch also wenn ihr den podcast hört dann am kommenden mittwoch ist ja das finale sozusagen diese ersten runde aber ich habe gemerkt dass das so gern ich diese interaktion habe und diese vielzahl an streamer da drauf sind mit dem man dann sich auch mal austauscht wenn es auch nur jetzt ein geplänkel ist und das will ich auch nicht missen deswegen will ich das auch nicht einstellen weil ich da glaube dass da einfach gute situationen entstehen dafür ein spielerisch selber oder die was man so erlebt und jetzt auf dem neuen ding glaube ich ist es ja noch mal mehr kompakter so dass man näher zusammen vielleicht drückt zumindest eine coole nummer ja aber die zeit habe ich einfach nicht und will ich auch nicht investieren also das merke ich ganz stark dass ich habe heute 7 days wieder gemacht seit ewigkeiten wir haben direkt gesehen da wollte ich noch darauf ansprechen ob das irgendeinen grund hat oder ja was heißt grund also erstmal habe ich 7 days jetzt schon lange nicht mehr gespielt seitdem wir das let's play beendet hatten und die und legacy mod finde ich immer noch eine der besten 7 days to die mods aktuell weil sie halt einfach so vieles runder macht und hübscher macht also ob es das interface ist ob es fahrbare fahrzeuge ist und der joe gameboy die begrüße an der stelle der hat am wochenende wieder angefangen zu streamen seit einem monat nachdem er seinen neuen job da hatte ja und der hat das gestreamt und dann hat mir voll ich hab da so eine zeitlang zu doch mit der frau zusammen und dann hatte ich irgendwie so voll bock da auch mal wieder einzusteigen 7 days weil ich gemerkt habe dass die mod mich unheimlich reizt und heute nachdem ich gestreamt habe habe ich den stream will mal wieder gehostet geradet wie auch immer der spielt die mod schon länger und da habe ich mal gesehen was er im parkhaus gebaut mit den diversen fahrzeugen drin die sie wieder aufbereitet haben und mit 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 aufzügen drin also mit fahrzeug aufzügen da gibt es so lasten aufzüge so große wenn du auf zu dem auto drauf fährst und dann hast du so mehrere stufen bis zum dritten stock gehen die dinge hat das ist und ist das dieser türen glitsch ding oder nee 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 das ist ein richtiger aufzug mit mit panel wurde den stockberg eingibst dann fährt das ding hoch und fertig aufs dach oder je nachdem der stockberg ja ist richtig krass ein mod die noch extra zurückkommen ist nee das ist da drin echt anscheinend ja das hat sich auch stark geändert noch mal also da sind irgendwie was ich kann mich jetzt nicht erinnern als wir gezockt haben aber ich kann mich nicht erinnern dass man irgendwelche ic bausteinchen und widerstände und so gefunden hat und die und schalter ich hin so und solche sachen also da sind diverse dachen dazugekommen ich glaube dass das ist damit irgendwie gekommen keine ahnung habe das nur gesehen die haben so ein fettes parkhaus gebaut so dreistöckig mit hubschrauber landeplatz oben drauf und dann können sie praktisch die fahrzeuge durch die stockwerke durchfahren und es gibt ja so so eine so eine orga so ein bohrer so der noch mal speziell anders aussieht und wenn wie super wegbohrt und richtig krass und ja muss mal gucken wie oft man das spielen oder streamen kann also ja das war auf jeden fall geil es waren massig zuschauer da die es interessiert hat weißt du so das war auch wieder so ein ding was dann ja auch so ein bisschen dann die bestätigung gibt dass viele leute das interessiert dass das also seven days ist ja auch sehr unter repräsentiert muss man sagen nischig aber auch der nischig genau also da ich glaube da sprichst du natürlich auch viele an die bock auf das spiel haben und ja war irgendwie cool war ein cooler stream auch wenn wir nicht viel geschafft haben weil bob und freundin sind noch dazu gekommen und die kann auch noch dazu die hat also so stil angel sagte dann sie hat ein bisschen problem mit zombies deswegen ist eigentlich nicht so ihr spiel aber da ging es halt und aber ja hier haben kamen auch kurz dazu aber da war es ein bisschen komplett neu in seven days to die zu sein und dann so ein komplexes ding wie seven days gerade noch alle legacy rein zu hoppen das ist ja ja lege ich was ab wie grundbedienung muss man ja erst mal lernen muss man es da müsste man mal vanilla vorfühlen erst mal ja von daher spielerisch echt gut cool cool ich hätte jetzt ja mich schon gefragt irgendwas neu bezügekommen ist dass du das heute streams die also inhalte nicht sondern ich hatte einfach bock wieder auf seven days und es war irgendwie auch ganz cool dadurch dass ich nicht mehr live let's place also jetzt bis jetzt keine live let's space mehr habe sondern das alles für mich aufnehmen die ist straining deep und auch das misst der prepper ja dann kann man auch so ein bisschen dann habe ich einfach ganz normalen stream und das war ganz entspannt weil ich hatte mit der frau ausgemacht oder ich hatte frau gefragt hast du bock zu was zusammen zu machen und da stand dann anu zur debatte das halt auch ein sehr entspanntes spiel ist und du kannst so ganz gemütlich deine produktionsketten aufbauen oder seven days ich muss dazu sagen dass ich glaube dass anu sich besser eignet für so ein gechillten stream weil man einfach noch mehr zeit hat und seven days ist doch dann sehr viel da noch hin da noch hin da noch looten da noch die quest machen der ordernd was die zeit angeht naja weil er auch wenn du jetzt nicht machst dann bist du halt doch schnell am arsch ja du hast halt am anfang auch hunger das ist das ist halt das ist so ein bisschen schwierig finde ich also man kann sich so wenig auf das gute konzentrieren anstatt diese anstatt sich permanent um essen kümmern zu müssen und das ist halt am anfang halt echt eine fiese nummer da erstmals zu fressen zu kriegen also du kannst keine ahnung frau irgendwie auf einmal sieben werse dosenfleisch hier die schenberg links gekriegt und ich habe dann drei dosen reingezogen es bringt halt nicht viel ja das ist irgendwie so es bringt nur 15 das ist genau 15 und was hat man noch aber genau was was gar nicht schlecht sind eier mit wasser gekocht ist ganz guter start da kann man die bringen mir zehn und ich glaube was hast du 100 100 essen oder was hast du ganz gut naja aber es war ganz cool mit der frau zusammen zu zocken und jetzt ja weil ihr macht ja auch wieder wir habt ja auch recht oft raf zusammen gemacht und so ja da sind wir durch jetzt inhaltlich das ist halt so ein bisschen ja aber es geht ja so am allgemeinen ist es einfach ganz cool weil man eine zeit mit einer verbindt genau genau und hat so ein bisschen ausgleich und ja ja sehe ich mal gucken das sehe ich das jetzt noch kommen weil heim finde ich ganz cool oder das ist glaube ich ja nicht zu die freund das ist so vikingerdorf bauen da so ein bisschen hat jetzt auch koop kommt am dienstag aus das sieht echt cool aus ansonsten was habe ich noch gespielt ach genau ich habe samstag habe ich gepennt lang und hatte mit dem armprobleme also im mausklick arm war wie es gereizt irgendwie nee war das freitag freitag war das samstag habe ich gar nicht gestreamt weiter wo eigentlich wo ich eigentlich raft mit dem machen wollte und hat auch rückenschmerzen ich weiß nicht dieses feucht kalte wetter geht glaube ich so ein bisschen auf die gelenke habe ich das gefühl und dann habe ich mich freitag nachmittag hatte um vier uhr feierabend und habe mir eine ibo reingehauen habe ich aufs bett gelegt habe erst mal gepennt bis abends um neun oder so was ja halb neun und das hat echt gut getan und dann habe ich dann ja nicht mehr streamen ja irgendwas mit controller spielen dann habe ich halt geguckt was ich mit controller so habe ich habe gestreamt aber halt mit controller oder hauptsächlich spielen mit controller und da habe ich ulia habe ich gespielt das ist so ein acht bit pixel art platformer so weißt du so wie metriod metriod kennst du vielleicht ja plattform rum springt und verschiedene sachen findet und das ist so ein bisschen asiatisch gehalten und du findest am anfang gegen dann findest du so eine wie heißt das so eine helle bad ist das glaube ich so wie so ein großes breites messer dran ist und langen stamm er hat so ganz gute kampf moves ich weiß nicht ob du dieses nit hoc kennst wo man somit zwei stickmännchen gegeneinander so fechtet so akrobatisch übereinander springt und dann nee und das ist so super dass so acht bit oder vielleicht noch weniger gibt es glaube ich nicht weniger aber so sehr grobe also nicht so so ansprechende grafik ja und das spiel war akustisch so krass gemacht zwar wie so ein kunstwerk so olia war jetzt so so minimalistisch und ich finde wenn du dir screenshots anguckst auf steam habe ich auch mir selber so gesagt musste sein und ja so so als gibt es gibt so es gibt so grenzen wo du sagst das ist so das will ich ausprobieren weißt du so was 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 grafik angeht aber das spiel in bewegung hat so coole animationen auch durch die kampfsequenzen und dann halt auch diese richtig krass erzählte story auch so mit den vertonungen und so kunstvoll dramatische cutscenes gemacht und also insgesamt ein fantastisches kunstwerk aber es hat da keinen interessiert ja das hast du gemerkt also zuschauer technisch die leute das irgendwie abgehängt und das fand ich so schade weil ich so gemerkt habe das ist so ein spiel wo selbst ich sagen sage am anfang so das ist aber sehr acht bit pixelig habe ich gar nicht so bock drauf so und dann habe ich reingespielt dachte boah das ist aber geil spielt sich die steuerung wirklich so präzise wie du springen kannst und mit dem sperr kannst du dann praktisch so ein seil also kannst du ihn werfen und dann hast du wie so ein seil dran dann hast du die möglichkeit praktisch dich ranzuziehen diesen seil an den punkt wo du vorher gar nicht ran kamst ist ja so wie so ein so ein so ein so ein enterhaken wie so ein enterhaken so ein bisschen aber du kannst auch als waffe nehmen und zum beispiel den gegner damit ranziehen stück oder zumindest kurz umwerfen oder dich an den gegner ranziehen dann hast du verschiedene hüte hatte ich so einen hut mit so einer roten feder das war der erste hut den du bekommen hast bei dem ist das so wenn du dich schnell irgendwo hin ziehst bleiben praktisch die federn an dem punkt werden dann aber zu einer waffe weil sie dir dann folgen diese federn als die 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 schweben dann hinter dir her wollen sich praktisch wieder auf den hut setzen sozusagen und sind dann praktisch wie so wurfmesser die dir danach kommt dann hast du praktisch noch einen zusätzlichen schaden gegen die gegner und ich fand das so fantastisch und hier genau das sind mit o ja ich weiß nicht ich habe es jetzt einfach mal mit dem was nicht vergessen folie ja ja aber 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 also spiel für die zuschauer so wo ich genau nachvollziehen kann warum man da keinen bock drauf hat also wasser so wo ich selber halt den punkt habe und spielerisch dachte ich nur so was ein fucking meisterwerk dann hast du deine eigene basis wurde dann noch ein schiene gebäude errichten kannst wurde dann den hutmacher hast du dir verschiedene hüte macht für deine missionen einen der tränke macht wo du halt ein bisschen extras kriegst auf die tränke solche sachen dann habe ich den den abend mit hardes abgeschlossen was ja überall gefeiert wird mit irgendwie fast 120.000 sehr positiven bewertungen auf steam oder hey des hardes ja also hardes die götter der boote von von dings und das war auch noch mal so lustigen zwischensequenzen das ist so roguelite also dass du reingehst machst einen run gehst kaputt wirst wiedererweckt und machst dann wieder den run mit noch mal besseren sachen und das ist auch krass gut also wirklich das ist echt wie sagt die jungen tschüss noch die jungen dinge oder was ja das nee diablo eigentlich nicht also du bist binding of isaac kennst du das ja so im entferntesten also du machst immer wieder einen run die räume sind per zufall du kriegst halt mehr gegner dann machst du hast du halt immer sachen die du mitnehmen kannst kannst waffen freischalten oder extras okay die findest du nicht nee also während des run kriegst du wenn du einen raum geklärt hast kriegst du ein ding keine ahnung wenn du gegner von hinten triffst gibt es mehr schaden wenn das ding gibt es einen blitzschlag der die gegner stand okay aber nur für den speziellen raum denn gilt den run für den run bist du halt kaputt bist dann halt die kommentare und dann bin ich halt schon wieder in spitzen verreckt weißt wurde selber weil ich bin in spitzen verreckt und dann kommst du halt wieder in diese halle der götter wo halt dein vater sitzt also wer ist der vater ist wahrscheinlich also da sitzt halt der götter vater an diesem riesen an diesem ding dann deine mutter oder so die dich immer wieder versorgt und dann hat so ein berater und dann kommst du denen darf ich dir einen tipp geben als es in englisch aber halt deutsch übersetzt mit deutschen untertiteln darf ich dir einen tipp geben also wenn spitzen du solltest spitzen meiden weil du stirbst du da und denkst du halt dicker das ist mir schon klar dass ich ja okay dann war ganz cool ja 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 ist nicht so meins weiß ich weiß ich schon klar aber uli ja noch noch viel weniger ja das glaube ich sogar alles ja 100 muss man die bewertung sieht ja ja 111.000 sein vor allem seit september 20 ist jetzt das erst auf steam erschienen und die die ganze zeit auf epic war das exklusiv aber die die supergiant supergiant games ja sie sind halt die das war ja mein erst let's play mit bastion die machen von bastion und die haben halt ein hit nach dem anderen abgeliefert also die haben eigentlich fast nur sehr sehr gute spiele gebracht immer sehr gut synchronisiert und ja best spielen aber leider nicht finde ich nicht zuschauer kompatibel also das ist um selber spielen okay wahrscheinlich aber zum zugucken genau und das ist wieder mit uli ja ein tolles toller plattformer bei dem man halt gefeiert als ich auf einmal in die stadt kam dann konnte ich irgendeinen hutmacher noch bauen ich habe das gar nicht erwartet so weil ich dachte es einfach so ein level für level und ich mache da irgendwas und und die funktion der waffe dazu und egal also bei mir ist gerade echt mangel was spiele angeht muss ich sagen haben jetzt ja nichts auf was du dich freust ne auf was ich mich freue wusste ich jetzt gar nichts ne ne überhaupt nicht ja wir naja wir haben jetzt auf deinen anraten hin auf deine auf deinen vorschlag hin hatten wir jetzt the good doctor angefangen zu gucken gestern haben zwei folgen weggemacht und relativ vieles für uns ja am stück und muss sagen gefällt mir sehr ja es ist wirklich cool der der schauspieler selber ist eigentlich den kenne ich von hier bates motel genau ja jungen und gespielt er ist ja auch prädestiniert für so eine rolle kann man nicht anders sagen also der hat er spielt irgendwie so das wird später noch intensiver jetzt wenn du am anfang bist geht das noch so aber das wird noch so krass ist ein autistischer arzt der nicht viel also beziehungsweise der ist super schlau ne und wie es kann hat den körper fühlt den sozusagen ne der kann den nicht nur auswendig da ist mehr und ähm aber mit zwischenmenschlicher interaktion ist halt schwierig und sein vorersetzer ist halt so ein sarkastischer arsch damit kann er halt nicht umgehen so der sagt immer ja hast du toll gemacht ja danke das war nicht ernst gemeint ja das wird noch richtig krass ja das ist auf jeden fall cool also äh bisher gefällt mir sehr gut ja die serie entwickelt sich auf jeden fall noch und ich muss auch dafür sagen dass es ein schauspieler ist wo ich sagen muss krass wie kann man das so weil der ja sehr viel ohne worte spielt also du siehst in seinen augen die unsicherheit also später lernt man ihn schon zu lesen also dann weißt du genau jetzt ist er aufgeregt oder glücklich oder was auch immer mimik und dann die hände immer so miteinander äh verbinden beziehungsweise so miteinander spielen so damit die was zu tun haben und und so ja fand ich schon krass so was zu spielen halt er kann sich freuen hast du siehst doch genau dass er den leuten nicht in die augen guckt also sie ist halt wirklich er guckt die 100 prozent nicht an in echt weil er es nicht kann so das ist halt echt cool kennst du das von leuten ich kenne ich kenne Menschen ich habe ähm mehrere arten von Menschen kennengelernt es gibt leute die machen die augen zu die reden dann so mit dir und versuche aber der während des sprechens versuchen sie die augen aufzumachen sozusagen und erst wenn der satz beendet ist dann gucken sie sich ganz kurz an und gucken dann wieder weg oder halt gibt Menschen die die lachen und gucken dann an dir vorbei ja oder so auf die brust oder so ja genau genau ja also keine ahnung was ob das jetzt eine art selbstbewusstseinsding ist oder ich glaube ja kann ich mir nicht anders vorstellen ja würde ich auch denken ich glaube ja etwas mit selbstbewusstsein zu tun also ich finde es jetzt nicht beleidigend mir gegenüber oder so mich irritiert es immer noch ja aber ich weiß dann in dem Moment alles klar der ich hatte aber den umgekehrten Fall in meiner Jugend in unserer Clique jemand der dir so nahe kommt der so beim der so rankommt und du denkst so ey warte mal also weißt du so der so über das Maß hinaus dir zu nahe kommt also der sich so ein ich sag mal so eine Handbreit Abstand von deinem Gesicht anlässt oder sagen wir mal vielleicht zwei Hände wo du denkst so so weißt du wo du das Gefühl hast so kurz über den Kopf nach vorne ja ich hatte so einen auf Arbeit äh also wir waren beides Schichtleiter und hatten einen Vorgesetzten und waren dann halt immer sozusagen im Gespräch mit dem und mussten uns dann leider auch oft ähm außerhalb sozusagen wir mussten halt uns oft unterhalten und ich hab dann irgendwann halt die die Taktik entwickelt weil er halt auch jemand war der kam immer und immer näher er ist jetzt nicht so gewesen dass er Mundgeruch hatte oder so tatsächlich aber er war ein unannehmer Mensch vom vom Wesen her schon ah ok das ist ja schwierig ne also der schnell auch unsympathisch wird wisst du der erste Kick ist der erste Gedanke ist auch der ist ganz lustig der ist ganz sympathisch der zweite Gedanke ist Alter macht jedes Mal den gleichen Witz das ist überhaupt nicht lustig und ähm seine Einstellung ist auch äh sehr schwierig naja und der kam halt auch immer der also Personal Space war bei dem nicht gegeben und dann hab ich irgendwann angefangen den Fuß immer vorzustellen immer in seine Richtung dass er nicht losgehen kann damit er nicht über den Fuß drüber hinaus kommt so weil ich hab ihm auch schon oft gesagt Digi halt mal ein bisschen Abstand einfach wirst du so macht man halt so wir wollen jetzt nicht knutschen so und aber hat er nicht drauf gehört weil er wahrscheinlich auch nicht kann und ähm deswegen hat er den Fuß hingestellt hat wunderbar funktioniert hat ihn auch nie irritiert mhm so weißt du das ist komisch ne dass Leute einen dass es dabei beginnt sich nicht angucken zu können und dabei endet dass du dem fast einen Schmerz ergeben könntest so nah kommen so ja also jetzt ob Sympathie also der Kumpel der jetzt von mir der war bei uns in der Clique der war eigentlich in Ordnung ja war kein schlechter Mensch oder sowas aber hat halt irgendwie da ein Defizit gehabt den Abstand zu bahnen oder hat schlecht gesehen wer weiß ich hab keine Ahnung war ganz merkwürdig ich hab nur ich bin einmal äh von meiner Heimat wo ich groß geworden bin war ich wieder dort mit der Frau das war am Anfang und da waren wir eine Pizza essen bei meinem Lieblingsitaliener aus dem Heimatdorf und ähm genau ihr könnt ja mal haben wir schon oft drüber gesprochen D'Artagnino ähm in Bruchköbel eine Pizzeria da war das dann in Rostdorf oder so ist nebendran so ein Caf ähm und sein Bruder Gino hat eine Stehpizzeria gehabt unten ein Bruchköbel in einem inneren Ring so Stadtzentrum ja Stadtzentrum ist geil ja Dorfzentrum na gut Bruchköbel hat sich ganz schön entwickelt die haben die sind ganz schön groß geworden die sind expandiert aber so wenn du so von Stadt und kommst dann aus Frankfurt denkst du äh gut schon sehr ländlich Stadt also immer das Maß ja da hab ich der Frau wollte ich gute Pizza präsentieren weil das halt so aus meiner Erinnerung eine der besten Pizzerien war in dem Umkreis oder auch im Vergleich zu Frankfurt wenn du dann nach Frankfurt ziehst und bist vom geilen Italiener der wirklich noch Italiener ist also da fängt es ja schon mal an und das hat nichts damit zu tun dass das aus welchem Land der kommt jeder kann meines Erachtens gute Pizza machen aber meine Erfahrung war halt nach Frankfurt und äh das waren meistens irgendwelche Inder oder Pakistani die halt chinesisch italienisch wir hätten alles anbieten direkt schon so ey das kann doch nichts werden jetzt lass doch mal du musst doch eins gut können ja und ähm da war halt dieser Kollege den haben wir durch Zufall da getroffen das ist immer im Auto das war das für ein komischer Kerl der hätte ja fast geknutscht ja das war schon immer so keine Ahnung merkwürdig ich kannte ihn halt deswegen wusste ich okay ich hab da auch bis zum gewissen Punkt kein Problem weißt du wenn einer nicht irgendwie riecht oder äh also wenn er sympathisch ist in dem Sinne weißt du dann aber trotzdem ist es irgendwie komisch weißt du vielleicht müsste man den Leuten dann wirklich mal eben auf die Backe geben weißt du ach nee ich würde das nee erstmal würdest du damit anfangen sagen nee du bist mir jetzt echt zu nah ein bisschen deine Schuld nee ja genau mit Zonger so könntest du mir vorstellen ich hab diesmal schon mal vorbereitet das ist gut nee also es ist merkwürdig dass die Leute so unterschiedlich sind von so intim bis nicht mal in die Augen gucken können nicht mal in die Augen gucken können ja da hab ich auch einen Kollegen auch eigentlich ganz nett weil du merkst insgesamt schon dass er ein sehr großer Selbstzweifler ist ja und manchmal hab ich irgendwie so Bedürfnis ich weiß nicht ob du das kennst aber die an die Hand zu nehmen weil man war ja selber vielleicht irgendwann mal so ein etwas unsicherer Mensch und irgendwie hab ich immer das Bedürfnis so Leute an die Hand zu nehmen und ja ich auch die Freiheit zu vermitteln weißt du so also ich ich möchte das beschreiben es ist ja nicht gesagt dass das ist was ich als Glück empfinde oder dass ich was was als gut oder richtig empfinde das für andere auch richtig gut ist das aber irgendwie wenn es so ganz krass ist wenn so Leute so extrem introvertiert sind dann möchte ich dir eine Hand nehmen und sagen keine Ahnung hab mal wieder geilen Sex und weißt du so so weißt du also irgendwie es ist ja auch nicht nur Sex oder sowas um irgendwie gut drauf zu sein sondern kannst du natürlich sehr helfen aber aber weißt du was ich meine so irgendwie keine Ahnung willst du so aus ihrem aus ihrem Gefangenen also wie dieser dieser Sean du willst sie so befreien ja genau ich verstehe schon was du meinst so irgendwie also ich will sie ja nicht komplett umdrehen weil es ja auch vielleicht so ein bisschen harte Eindrücke sind wenn man sein Leben vorher nicht irgendwie ein bisschen lockerer gelebt hat ich bin ja auch kein wirklich lockerer Mensch sondern ich hab einfach nur erlebt dass Situationen gut sind und da hilft natürlich auch ein Partner der da wesentlich lockerer ist als man selber weißt du was ich meine und das will man halt irgendwie versuchen zu vermitteln das ist ja so gerade zu jungen Menschen die dann so introvertiert in sich hocken und vielleicht dann nur am Zocken sind und überhaupt keinen Kontakt nach außen kriegen da will man dann so sagen ah Kleben ist manchmal auch kann echt vielfältig und bunt sein und besteht nicht nur daraus weißt du also das passt eigentlich gerade zu meinem ich hab mir nämlich gerade jetzt schon meinen YouTube-Verlauf rausgesucht damit ich nachher nicht suchen muss weil ich hatte letzte Woche zwei Videos die mir sehr gefallen haben beziehungsweise eins von denen und jetzt weißt du wo wir jetzt gerade dabei sind ist vielleicht ein hartes Thema aber ich schneide es einfach mal an mal gucken du kannst doch sagen komm lass mal und zwar der kennst du noch den Creator das ist ein Streamer ja mit so einem ein australischer Streamer der so ein Zwirbelbart hat genau und von dem kursiert ein Video von August 2020 wie er auf einen Kommentar in seinem Chat reagiert und zwar auf einen Selbstmordkommentar und erklärt und es hat eine 10 Minuten Rede die er so aus dem Stand hält die wirklich ergreifend ist und 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 wie jetzt auch gerade widerspiegelt was du sagst weißt du so und die sind neben und sagen die Welt ist nicht scheiße und morgen ist der Tag kann du kannst dir gar nicht vorstellen was noch passieren kann in der nächsten Zeit oder 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 in den nächsten Jahren wenn du jetzt schon beendest ist es halt dumm also es ist halt blöd weil du wirst es halt nicht feststellen und so naja also ich habe es jetzt ein bisschen sehr runtergebrochen und pauschalisiert ist ganz wichtig ja auf jeden Fall krass und er hat so so reagiert wie du gerade sagtest dass er das sagt ja also wunderbar wenn so richtig toll hat er aber sind wir uns einig dass es unheimlich schwierig ist die richtigen Worte zu finden weil ich glaube absolut richtig dass man dass wir gerade bei so einem Thema und wir haben es ja schon mal in einer Situation angesprochen ähm dass wir es natürlich sehr mit unserem simplen nicht psychologischen Wissen abhandeln und dass es unheimlich schwierig ist aber im Endeffekt weiß man es selber ja aber ich glaube ähm die Leute die dazu dann bereit sind und es auch den Schritt gehen die haben weißt du die sind in einer Situation die können das nicht mehr sehen da kannst du dem erzählen und reden und du das lässt dich nicht vermitteln weißt du in dem Moment wenn jemand soweit ist ja vor allem nicht aus unserer Position heraus genau nicht aus einer recht glücklichen ja tatsächlich aber hat er jetzt also das wird mein Link für für die Verlaufsgeschichte sein ähm erklärt er das Wunder also es ist sehr schwer in Worte zu fassen wie er das darstellt das Leben und das hoch und hoch und hoch und tief oder die hochs und tiefs und so ist halt echt ähm macht er sehr gut und ich wenn ich jetzt sag mal mich in die Lage versetzen könnte was ich ja nicht kann äh also ich kann mich in viele Lagen versetzen aber nicht in so eine glaube ich ähm dass man kein Licht am Ende des Tunis äh sieht dann wäre das glaube ich die Rede die mich schon nochmal drüber nachdenken lassen würde weißt du so die Würde hätte mich komplett erreicht ja schon nach den ersten drei Minuten war das war das schon okay ey wow aber glaubst du nicht dass das bei dir so ankommt weil du jetzt in einer Situation bist wo du empathisch und klar klar gerade ausdenken kannst also dass ich das eher jetzt ergreife oder äh äh möglich möglich ähm eher wahrscheinlich ist die Erfahrung die ich gehabt gesammelt habe über jetzt meine 36 Lebensjahre ähm mit dem wenn ich das vergleiche mit dem was er da sagt äh er ist ja noch deutlich jünger und 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 das stimmt halt 100% also wie er das sagt und und was passieren kann und du weißt halt nie was morgen für eine Tür aufgeht wenn heute sich eine Tür geschlossen hat also absolut und morgen ist dann bei mir nicht morgen gemeint sondern kann halt auch also ich kann nur von meiner Position sagen dass ich so oft im Leben schon an Situationen stand nicht mehr das Leben zu nehmen so weit war ich noch nicht aber vielleicht in die Richtung weißt du wo einem das Leben egal ist weißt du und das ist ja der Anfang das Ganze so ein bisschen ähm ähm oder egal sein kann und das war gerade in meiner Jugend wo wir die so oft geredet haben weißt du da war so alles so planlos und strukturlos und weiß ich nicht keine Ahnung teilweise also es war eine coole Zeit will ich auch überhaupt nicht missen weil man in dem Moment halt auch seine Erfahrungen macht aus der man dann wieder ne in solchen Situationen von zehren kann aber ähm ich kann nur sagen dass in meinem gesamten Leben Situationen maximal schwierig und maximal aussichtslos schon aussahen und ich kann nur sagen rückblickend ist vieles dabei was also wo Perspektiven sich aufgetan haben oder entwickelt haben oder ne auch oder Ablenkung da war die das dann möglich gemacht haben wo ich nur sagen kann äh nee überhaupt nicht es ist eine Kacksituation gewesen aber das ist was was man aushalten kann und muss meines Erachtens weil erst wenn du das überstehst und aushältst in dem Moment also jetzt wir reden natürlich von einem Menschen der nicht wirklich äh depressiv ist also wirklich medizinisch äh depressiv sondern einfach nur in schwierige Situationen kommt ähm kann nur sagen alles bringt dich rum und macht macht's besser nicht mach dich härter das ist ein dummer Spruch aber äh du hast diese Erfahrung mitgenommen und ähm äh es wird leichter beim nächsten Mal also und ich rede jetzt nicht von tiefen Lebenskrisen sondern teilweise auch im Beruf du fängst eine neue Aufgabe an und oh Gott wie soll ich das alles schaffen krieg ja niemals drauf weißt du so wann wann soll das gehen oder die sich auf eine Beziehung über Jahre einlassen das ist auch so ein Ding das ist nicht von ha ich bin heiß verliebt und dann lebe ich mit diesen Menschen jahrelang zusammen nee das ist alles immer Arbeit und es ist es ist äh es bedeutet Verzicht äh zurückstecken äh Verluste hinnehmen und 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 aber ich sage das wäre so wie langweilig wäre das Leben wenn es nur alles um Spaß geht weißt du was ich meine das würde nicht funktionieren weil alles was du als gegeben hinnimmst egalisiert sich in meinen Augen also weißt du wenn du wenn du was als als selbstverständlich hinnimmst dann vergisst du wie gut es einem geht weißt du also du das es ist nicht erstrebenswert dein ganzes Leben im Internet zu zocken weißt du so also es ist ein nee das ist eine coole Sache die man die man machen kann ähm aber wichtig ist halt auch das drumherum also ne also genau ne das Leben geht ja auch außerhalb der Internet-Bubble weiter oder gerade das geht ja weiter ja und das verändert sich halt und ich glaube du hast Phasen wo du ich weiß wo ich bei dem Thema gerade gehen ähm schwierig ja ich bin einfach so egal ist es ihm ja genau so völlig langweilig ähm es ist jetzt egal ob das ob das und das ist ich sehe das auf alles bezogen nicht auf uns nicht auf was wir hier machen im Internet und ob wir reden oder nicht keine Ahnung es ist wahrscheinlich relativ belanglos und reicht nur weniger aber ähm das hat das ist nichts von Bedeutung finde ich weißt du was ich meine sondern das das Ganze zu erleben weiß ich nicht diese Facetten ich finde es einfach das ist es einfach wert also ja und das heißt nicht reich zu sein das heißt ja gesund sein wäre schon eine coole Nummer weißt du das ist so also wenn du glaube ich diese Ansprüche an die Erfahrung und was du alles werden willst als gegeben hin nimmst ist glaube ich wesentlich leichter weißt du also also was du daraus machst sei gesund und vielleicht kriegst du noch was zu essen und irgendwie so ich habe immer das Gefühl der Rest ergibt sich schon der Rest ergibt sich schon ja natürlich heißt es aber nicht dass man mit offenen Armen nur unten stehen muss und warten so funktioniert es ja das Leben ja auch nicht also dann da kommt halt maximal Regen oder oder scheiße da kommt niemand der dich am Arm nimmt da kann jemand sein ein Mensch ein Freund ein Partner jemand den du aus dem Internet kennst oder vielleicht hier ein paar zwei bekloppte Typen die im Internet irgendwelche schlauen Worte loswerden mit ihrer Erfahrung es ist schwierig also das können alles Faktoren sein aber im Endeffekt ist es halt so du bist verantwortlich für das alles was du was du Bock drauf hast oder nicht meines Erachtens aber nochmal ganz deutlich natürlich fernab von einer Depression Depression wenn es soweit ist brauchst du Hilfe und nicht von uns ja ja genau und das ist ja auch wichtig das gibt es ja die Hilfe gibt es ja es gibt immer Leute die aber du musst zu denen gehen so die ja die wissen nicht ich hoffe halt immer dass ihr jemanden habt dem ihr euch anvertrauen könnt in solcher Situation und dass der euch vielleicht dann versteht und auch da unterstützt dem was ihr gerade durchmacht und es kann auch mal Jahre scheiße laufen weißt du es gibt auch Jahre die laufen kacke weil das Leben einfach kacke ist manchmal aber ich kann halt nur sagen dass es immer wieder Situationen gibt und da rede ich nicht von Geld nicht von der perfekten Liebe nicht von diesem genialen Computerspiel sondern von diesen Facetten die das alles hat weißt du was ich meine also es ist ja maximal unwichtig ob du die perfekte Beziehung hast ob du das ob du Geld hast dass es dir gut geht weißt du so also klar gibt es auch Faktoren wo vieles fehlt aber im Endeffekt ich kann immer nur sagen es wird alles gut ab einem gewissen Punkt weißt du so es wird alles auf einem normalen Punkt und ich glaube das wenn man das nicht aus dem Augen verliert dann ist es gut ja und in der Zeit muss man halt sich beschäftigen mit Stream keine Ahnung oder einfach nur zuguckendes Stream ja oder guten Serien keine Ahnung wie The Good Doctor die ist einfach cool die Serie keine Ahnung aber vielleicht funktioniert es auch nur bei uns in unserem Alter die Serie weil die wird also meinst du ich habe letztens die Frau gefragt die ist eigentlich super cool also hat bei mir echt einen sehr sehr hohen Stellenwert in wie sie mich erreicht zum jetzigen Zeitpunkt manchmal ist sie ein bisschen kitschig und manchmal auch tatunlogisch also weißt du so gerade ich bin todsterbenskrank ich rede nicht mit meinem Partner what the fuck weißt du das kommt halt öfters vor wo ich denke nee das ich verstehe dass das gerade da so ist aber nee das ist mir zu unlogisch ja ja ich gehe mein Akku geht gleich aus vom Handy wenn du Bescheid wirst ja also die 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 erreicht mich die Serie keine Ahnung die finde ich einfach witzig ich lache ich heule ich habe Spaß bei der Serie also dieser Schauspieler dieser oh Gott wie heißt der die vermittelt ja noch Emotionen weiß ich jetzt auch nicht wir haben auf Englisch gestellt da hörst du mal seine Stimme er ist im im Deutschen ist er sehr redet der Sean Murphy heißt der ja in der Serie ich weiß den Schauspieler nicht das ist ein Engländer ähm wenn du wenn du es umgedreht hast dann hast du seinen Akzent dann ist er sehr ähm erinnert an Sherlock Holmes so ein bisschen also guckst du mal in Englisch das sind andere also es hat Ähnlichkeiten aber im Deutschen vermittelt mir diese Stimme ein Freddy Haymore heißt er Haymore ein 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 kleinen Jungen der extrem introvertiert schlau aber introvertiert und zurückhaltend ist ähm und im Englischen ist es ein bisschen mehr so Data also kommt bei mir Erwachsener an weil er halt eine tiefere Stimme hat und gewisse diese es ist nicht gut dass wir uns so unterhalten ja genau er hat eine ziemlich höhere Stimme im Deutschen er hat eine Tonation also er er redet immer so er findet es gar nicht gut dass die beiden jetzt da reden im Englischen im Englischen nicht doch auch aber es klingt mehr nach einem ich finde es nicht gut dass wir jetzt uns darüber unterhalten also das ist ein ein es wirkt wie ein Roboter mehr so ein bisschen finde ich verstehe es ist nicht dieser er ist natürlich ist alles ähnlich es wird ja nicht alles komplett anders erzählt oder weißt du also eine Tonation macht ja die Stimme nicht aus aber es kommt bei mir so an also ich finde halt er ist so ich finde das krass hat voll in meinem Kopf drin nachdem wir die Serie so intensiv geguckt haben erwische ich mich dabei mit der Frau so zu reden weißt in dieser Tonation nicht weil ich das irgendwie echt keine Ahnung so im Kopf drin das hat nichts mit lustig machen zu tun ich finde es nicht witzig dass er das so hat ich wünsche ihm dass er das aus dass er äh äh weißt du dass er sich artikulieren kann sich zu helfen oder weißt du dass er sich besser ausdrücken zu können den anderen gegenüber in dem was er nicht gut kann weißt du was ich meine aber irgendwie diese ich finde es krass die Serie ist so gut finde ich also ich habe ja auch vonhin schon gesagt zum Beginn des Podcasts wenn die mal zu Ende ist ich weiß gar nicht was ich jetzt als nächstes gucken soll keine Ahnung und man kann in gewissen Situationen sagen dass es halt so ein bisschen äh Emotion mit der mit der mit dem Zaunpfahl weißt du so verstehst du was ich meine also das klingt jetzt so abwertend ist es überhaupt nicht aber du kannst durch gewisse Situationen die du dramatisch darstellst Emotionen erzeugen ja verstehe wo dir leicht mal die Augen feucht werden aber es eigentlich gar nicht mal so gut gespielt ist hm das sind zum Glück immer nur irgendwie einzelne Patienten oder einzelne Schauspieler die da auftreten die da halt dann so sind wenn ich denke naja gut komm ja aber krass ich bin gespannt wenn du jetzt zwei Folgen hast müssen wir da vielleicht mal einen Spoiler Podcast drüber machen das können wir gerne mal machen auf jeden Fall ja damit der zweiten Staffel durch bist auf jeden Fall wird es passieren ja da sehe ich jetzt mal ganz stark von aus nach der ersten oder was auch immer Cyberpunk haben wir gar nicht mehr ne weil die gerade über den Spoiler Podcast machst du wie weit bist du bist du durch schon ich warte jetzt ich hab ich hab erkannt also ach du wartest jetzt meine blauen Augen die sich so für dieses Spiel erwärmt haben für diese fantastisch erzählten Zwischensequenzen und dieses einfach sehr sehr gutes Spiel das ich will nicht ich will das Spiel nicht als Erinnerung als Bugfest hinterhalten weißt du ich will ich will es vollständig spielen und ich warte jetzt mit Cyberpunk ich werde es noch warten ähm jetzt kam ja schon wieder 15 Gigabyte Update aber das hat immer noch nicht alle gefixt mein ich ne ne bei GOG war es nur ein Gigabyte ich weiß jetzt nicht warum die Patchgröße sich so unterscheidet ähm aber bei mir war es auch noch ein Gigabyte stimmt ja 15 sind es auf der Playstation gewesen ah ja gut okay dann haben sie da ein bisschen mehr gemacht ja ähm ja weil sie halt viel austauschen wahrscheinlich keine Ahnung Texturen besser komprimieren solche Dinge um halt das alles ein bisschen schlanker zu machen weiß ich nicht auf dem PC ist es jetzt nicht sonderlich verpackt meines Erachtens also so nicht dass es unspielbar ist aber es hat immer wieder Momente die einen da rausreißen und das ist jetzt halt wie als wäre bei The Good Doctor jeder zweite Fall halt irgendwie scheiße gespielt und und total überzogen weißt du was ich meine so das würde das würde das gesamte Ding kaputt machen irgendwie ja ja von daher habe ich gesagt ähm im Moment sind gute Spiele da kam Rust dazu was ich faszinierend finde jetzt von erst mal von der Reichweite und der Möglichkeit sich mit anderen Streamern äh ja Leuten auszutauschen ähm und dann verschiedene andere Let's Plays und dann habe ich jetzt gesagt ne Cyberpunk beiseite legen und dann zocken wenn es gut ist ja okay aber ich finde es einfach schade ne so ja klar also ich hatte jetzt keine großen Bugs mehr im Ende am im letzten äh im letzten Viertel ähm vor allen Dingen nicht Game Breaking oder irgendwas was mir sag ich jetzt mal achtet ist ja schade äh ihr Fühler her hervorruft aber ich verstehen kann ich schon deine deine ich könnte es nicht ich müsste das jetzt so ne um um einfach um es zu Ende zu bringen würde ich es dann gerne durchziehen verstehst du wie ich meine mhm so ging es mir jetzt auch in dem Moment ich habe lange gewartet jetzt vor der letzten Mission haben viele Nebenmissionen nochmal gemacht und hat mir gedacht nee ich will das jetzt aber eigentlich nicht noch weiter herauszögern mhm außerdem ging auch nichts mehr mit Pan Am von daher ja gut ja gut aber wie willst du die Nummer im Panzer noch toppen so also im Bett ist einfach hoch manchmal hoch äh ne sagt auch meinst du einfach ist auch manchmal nicht das schlechteste und wenn es nur virtuell mit Pan Am ist äh 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 ich habe vor der gibt es irgendwann solche Ganzkörperanzüge er würde dann Spiele erleben kannst mit Sicherheit geben mit so nanomäßig äh bestimmte Bewegungsmodule an bestimmten Stellen ja dann weißt du aber für welchen Einsatzzweck die ersten Dinge auf jeden Fall marktreifen mehr als ausgefeilt sind gibt es wahrscheinlich schon oder weiß ich nicht ne glaube ich nicht ne bestimmt irgendein so komisches Höschen mit irgendwelchen Sensoren drin wird es mit Sicherheit geben sag ich mal Ganzkörper ne danach googeln aber nur anonym du fährst aus hier dein fährst aus hier dein ganzkörper dein Verlauf äh Cyber Cyber Sexanzug Sexanzug oh Gott was passiert oha 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 und ist doch gar nicht teuer oha ich bin hart abgelenkt also hier sind natürlich da auch andere Bilder zu sehen jetzt das ist schwierig aber dieser Virtual Reality Anzug ermöglicht den gefühlsechsten Sex von 4.5.2016 und ich wusste es das sind bestimmte äh an bestimmten Körper Körperenden sind bestimmte Bewegungs Mechanismen angebaut so damit endet der Podcast meine Damen und Herren wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Plattkurs und bis dahin ich muss jetzt kurz mal surfen hat sich auch erledigt für Frauen scheint es einfacher zu sein aber das ist eine andere Geschichte da Internet ist vor Porn war doch damals gab es wenn ich mich erinnere gab es doch so ein Clip was nicht WoW oder ich weiß nicht was er denn ist dieses Meme was entstanden ist was heißt Meme meist angesurfte Seite mhm die Top 5 der angesurften Seiten oh man ey hat lang kein Thema mehr fällt das mal auf ja weiß ich doch ich dachte das ist jetzt unser Thema dass wir keins haben ich bin letztens angeschrieben worden von ähm eine Firma die machen so Alats im Internet also so weißt du so Alats und Overlays für Streamer und so weiter und da hat jemand wollte drüber schreiben oder sprechen in unserem Podcast über die Gamebranche und welches Ding und blau also was ist für echt haben wir eine Anfrage gekriegt was es für Themen oder für Jobs im Medienbereich und so weiter gibt und so weiter und ich hab dem ich dachte erst ja eigentlich ganz spannend weil es so weg von dem ist was diese Firma macht aber irgendwo wäre es ja wieder Werbung weißt du weil derjenige arbeitet ja da und jetzt unabhängig davon kommt jetzt irgendwann drittes rein und ich hab ihm dann halt auch geantwortet und hab gesagt ja pass mal auf wir schaffen uns nicht mal unsere innere Kumpels hier ans Mikrofon zu kriegen sonntags und dieser Podcast hat sich von einem themenbezogenen zu einem Talk zwischen zwei Freunden entwickelt weißt du ja und bevor ich mit irgendjemand anders rede hätte ich jetzt erstmal von jemand aus unserem unskreis dabei haben wir eigentlich noch andere Sachen ne genau und deswegen also ich fände es irgendwie nicht gut das war halt Werbung und ich hab jetzt nichts gegen die Werbung erstmal grundlegend aber so fern von dem was wir hier machen irgendwie Werbeanfragen also nicht mit den die zwei und er da also nicht unter diesem Kontext kann sowas stattfinden meines Erachtens achso ja gut sind wir immer noch zwei die das entscheiden ne das stimmt vielleicht haben wir rede ich jetzt mit dir ne grundlegend finde ich spannend weil wir hatten schon solche Themen wir hatten Andi Dev da der über Spielentwicklung gesprochen hat wir hatten Christoph da der über PR gesprochen hat aber ich finde das Thema haben wir auch irgendwie so ein bisschen abgehandelt und klar ist dass es Medien gibt und auch bestimmt interessante Themen bin ich mir absolut sicher aber ich glaube das nicht hier die zwei und er irgendwie also dann will ich zuerst jemand haben da will ich einen Spielekaiser der über seine Zeit als Musiker redet oder ja genau also wir haben ja noch ein paar interessante Persönlichkeiten die hier noch gar nicht zu Wort gekommen sind die ja noch ganz andere Facetten haben ganz genau als die die man kennt ganz genau ja dann dann hatte ich mal so eine Idee so Zuschauer weißt du wie so ein der hat das Munder hat das noch gemacht eine Zeit lang dem wie heißt das den Domian so weißt du so hat Zuschauer reingeholt hat mit denen über verschiedene Themen gequatscht und so weiter oder die vielleicht besser kennenzulernen auch mal so eine Idee dann würde ich vielleicht sogar in die Richtung anfangen bevor ich jemand externes reinholt der über irgendwelche Geschäftsmodelle redet im Entferntesten auch wenn jetzt die Medienlandschaft wahrscheinlich mit dem was wir machen zusammenpasst aber ich finde ich die Leute dahinter interessanter als jetzt Themen um irgendwelche Jobs ja das stimmt also die Idee finde ich schon auch cooler als ja wie gesagt da muss erst mal keine Ahnung Bette Bob hier im Podcast auftreten von dem ja die wenigsten den Vornamen wissen oder? ja wissen die allerwenigsten meine ich die die liegen jetzt aber auch nicht weil ich nehme da Bittspenden an genau dann lege ich die morgen im Stream wenn ihr wollt da muss schon was gehen hast du da was mitgekriegt eigentlich wegen ich bin gerade bei Bitt und Spenden hast du das mitgekriegt mit diesen Börsen Apps oder nehmt man sowas Aktienfirmen Trader Apps ja genau da war doch irgendwas ich habe das nicht mitgekriegt ich habe nur mitgekriegt dass GameStop auf einmal statt 30 Euro die Aktie 300 innerhalb von ein paar Tagen wert war der Teig mitgekriegt ja irgendwas ich habe es nicht ganz gerafft ich habe nur gerafft dass reiche Menschen noch reicher werden wollen und den Pöbel irgendwie auf einmal so habe ich es verstanden in irgendwelchen Trading Apps auf einmal nicht mehr die Option besteht die Dinger zu kaufen die Aktien von den Unternehmen zu kaufen ne bin ich raus aber ich habe überhaupt keine Ahnung davon weil ich kann nicht verstehen was man mit Aktien möchte also ich weiß was man mit Aktien macht und dass man sein Geld vielleicht irgendwie anlegen vermehren möchte und dass einem jeder erklärt dass man da irgendwie x Rendite kriegt aber ich kann es nicht nachvollziehen weil irgendwie wegen paar Prozent da gibt es ja jetzt kommt ja drauf an welche Form von Aktienhandel du wählst also die gibt ja auch dieses so eine Art Wetten auf den Aktienkurs und so Geschichten und so Schnellverkäufe geht bestimmt auch um den Kick und na klar man kann viel Geld damit verdienen oder halt auch viel Geld verlieren es geht nicht darum eine Aktie zu kaufen und die dann möglichst lange zu halten jedenfalls nicht in so ein Metier meine ich ja irgendwie also ich weiß nicht ob Aktien immer immer bedeutet Umsatz zu machen oder ob Aktien auch bedeuten kann keine Ahnung so die erste Apple Aktie also als würdest du dir die Ein-Dollar-Note an die Wand hängen oder so weißt du was ich meine also das das ist nicht die das Geld ist was du mit diesem Wertpapier machst sondern dass du eine der ersten was die Aktie von hmmm gekauft hat und das gibt es mittlerweile nicht was ich meine ja aber das hat das hat die erste Apple Aktie weil du dachtest das wird mal was ja okay aber das ist heute ja darum geht es ja nicht mehr oder nein aber das kann ja sein dass jemand aus dem Grund irgendwann mal Aktien gekauft hat also das kann sein aber das ist ein paar hundert Jahre her so schlimm nicht aber also 30 40 Jahre ich weiß nicht wie lange das Aktienhandel gibt das weiß ich ja auch nicht aber ich finde es irgendwie unangenehm wenn man sich permanent Gedanken macht wie man sein Geld mehr machen muss wenn du so viel Geld hast dass du in Aktien investierst oder so wenig dass du es eigentlich gar nicht könntest so ein Spiel weißt du so eine Art so eine Art das ist Gambling der Reichen oder nicht der Reichen aber der der Wohlhabenden ja das kann man sagen ja nicht immer in der Hinter in dem im Stübchen in der Kneipe irgendwie hinten drin beruhende Poker illegal gegen Geldsocken sondern ich meine wenn du wenn du genug Aktien von einer Firma hast die hört die ja auch ein Stück weit also ja dann kannst du denn halt das habe ich total außer Acht gelassen du hast recht wenn du sag mal 49% der Aktien einer Firma hältst bist du ja sozusagen ne zweiteinhaber ja meist ist es so dass die Firma selber die 51 behält und den Rest erst nur verkauft ich wollte gerade sagen 1 zu 1 weil ansonsten wenn du nämlich mehr als 51 hättest könntest du bist du quasi Inhaber und kannst Entscheidungen treffen besonders bei Mitgliederversammlungen oder wie heißt das nicht Mitglieder sondern Aktionärsversammlungen aber da sind doch bestimmt auch schon große Anleger mit dabei oder wenn du 51% der Firma hast dann bist du der größte Anleger nee das ist klar das ist mir völlig klar aber es wird doch bestimmt auch große Anleger geben die keine Ahnung 10, 20% und dann mit im Vorstand irgendwie mit drin sitzen weil sie da ob sie denn deswegen gleich im Vorstand sitzen weiß ich nicht glaube ich nicht ne ich dachte nur bei so einem dritten gibt es keinen dritten im Aktienbusiness keine Ahnung oh Gott ist aber auch so ein Thema da muss ich sagen da habe ich mich nie mit beschäftigt für mich war das immer Risiko und die Gefahr Geld zu verlieren und da hört man mit dem Spaß auf also ja wir investieren in so einen Fonds also jeden Monat so einen Aktienfonds ähm weil es eine Lebensversicherung gekoppelt ist oder was oder ne es ist einfach um das Geld zu vermehren ja um Geld zu sparen und zu vermehren genau ja gut und das kann ich nie nachvollziehen ja das ist sowas das mir fern ist früher hat man früher hat man ein paar Prozente gekriegt ne und heute ja eher nicht heute kriegt man nichts oder weniger ja genau ab 100.000 darfst du 0,05% Steuern abzulegen dann musst du Negativzins zahlen so ne ich weiß nicht wie es ist nur ob es 0,05 ist aber ab 100.000 zahlst du Negativzins ja das ist äh aber das ist selbst doch was mir egal muss ich ganz ehrlich gestehen also da ist bei mir nicht das Bedürfnis mit einem gewissen Risiko also da irgendwie dann hinzugehen und dann äh kommt raus was war das hier der größte äh Geldabrechnungs wie hießen sie Wirecard Wirecard dann denkst du das ist so eine super sichere Nummer weil die machen das doch überall das ist ja praktisch ein Monopol wie soll das schief gehen das ist so also irgendwie weiß ich nicht das Risiko wäre es mir nicht wert wegen ein bisschen Wirecard ist aber auch das ist jetzt eine Sache äh wie soll ich sagen ja ähm Wirecard ist ja so eine es ist so ein Sumpf an Leuten also wo sich im Nachhinein rausstellt was für Leute da sozusagen äh welch wie viel Augen zugedrückt haben um äh ähm und und dann fällt es jetzt auf dass das Ding ja doch gekapert war so das ist halt schon hart welche Leute da alles äh äh das durchgewunken haben weißt du so also es wurde ja mehrfach kontrolliert die Wirecard die Schichte und die waren schon lange im Verdacht und dann gab es immer wieder Leute die sagen nö nö ist alles gut ja aber so so meine ich das halt also es besteht immer irgendwie ein Risiko wo du nicht dran denkst ähm und da wäre mir das Risiko nicht wert dass ich mein Geld verliere also über das hinaus was ein kontrollierter Verlust ist aber nur ganz ehrlich wer 100.000 Euro auf der Bank hat der sollte auch warum nicht soll er nicht Abgaben zahlen weißt du wenn es wirtschaftlich irgendwie notwendig ist finde ich nicht schlimm ja weißt du also wer so viel Reichtum hat dass er so viel ansparen kann warum soll er nicht was abgeben irgendwie dumm nö ne sägt schon auch so ja und das ist ja jetzt nicht oh ja 10% oder irgendwie so oder 1% von mir aus weißt du also warum nicht weiß ich nicht wem tut das denn weh so wie so ein Gewerkschaftsbeitrag den du zahlst weißt du wenn du irgendwo in der Gewerkschaft bist ich weiß auch wie viel sind das 0,2% 6% 1% 1% zahlst du von deinem Gehalt zahl ich auch gerne ja wenn sie was wenn sie was bringt und 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 vier zur Not auch weiterhilft ne da bin ich schon dabei ne wenn jetzt nur Zahlen und ohne ohne mögliche also nur Zahlen und ich dafür kriegen fände ich jetzt so blöd Kirchensteuer für mich ja ja das ist es da würde ich sagen zahl ich gerne gerne nicht weil das kann ich ja auch nichts mit anfangen ist in Bayern Kirchensteuer Pflicht weil so wollte es wenn du nicht in der Kirche bist wieso solltest du davon sagen ja ich weiß nicht es ist halt Bayern du bist vielleicht geächtet von den Nachbarn aber aber entschuldigen Sie mich ihr Kreuz ist schon wieder umgedreht och das tut mir aber leid ein Lapsus was macht denn der Jesus da im Feuer leicht provokant der ist ja leider runtergefallen ja aber Wegefeuer ja ja so oder so ähnlich wie kommen wir jetzt auf den verbrannen Jesus selbliche Christentum bringst du gerade gegen uns auf nein wirklich gar nicht das war Satire und Satire darf das ah Satire darf alles siehste wo läuft das muss das wusstest du eigentlich dass die österreichische Regierung ist doch letztens gestürzt worden also schon ich muss österreichische Regierung alles klar lass ganz wo kam The Good Doctor davor die wo da so schwierige Zeiten im Leben was so wann The Good Doctor ja 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 nur weil im Nachgang weiß ich wieder nicht ja stimmt österreichische Regierung hatte doch diesen Skandal die wurden gefilmt dass sie einer russischen Oligarchen Frau äh krumme Geschäfte angeboten haben auf Ibiza bei einem gepflegten äh Wodka Wann war das? Wodka E das ist zwei Jahre her oder so weißt du das echt nicht? ne da ist die komplette Regierung meiner Meinung nach zurückgetreten echt? von der FPÖ naja gut okay scheinbar wirst du das nicht dann bringt der Rest doch nicht die regierende Partei meinst du das also die hat es abgegeben die haben ja koaliert koaliert ähm naja auf jeden Fall der der das gefilmt hat hatte zum Beispiel auch Herrn Böbemann angeboten zum kaufen das Video für 5 Millionen Euro aber das bringt dir jetzt nicht viel die Information weil das ja nicht der Rest der Information ja dir dir noch fremd ist was schade ist zeig mir mal wieder wie du dich hier interessierst ja ich hatte die 5 Millionen nicht und ähm was einfallen für 5 Millionen ich lese so viele Nachrichten glaube ich das sollte du das mal lassen so gut so weiter als ich ich gucke gar keine Nachrichten so gut wie keine also klar ich kriege lesen wartet über hier Apple News weißt du dann sind da ich mach das sollte ich mir machen ich lese immer nur Twitter und da ist natürlich sehr viel Schrott dabei oder nicht Schrott aber sehr viel babbelig und sehr viel Belangloses also ohne das irgendwie werten zu wollen aber natürlich im Verwirk Schleich zu irgendwelchen politischen Weltgeschehen was auch uns betrifft und auch gesamterlich irgendwie schwieriger ist sehr schwierig aber ich war schon immer so in meinem Leben ich hab mich immer eher das interessiert was um mich herum passiert natürlich bei wichtigen Themen natürlich auch um das was ganzheitlich passiert aber als ich immer gesagt hab das kann ich ändern weißt du oder oder wie ist ja weit hergeholt aber keine Ahnung in unserem Bekanntenkreis waren viele so Ortsvorsteher oder äh die irgendwelche Parteien sich engagiert haben weil sie sagten nur da kann ich was äh beändern und ab einem gewissen Punkt merkst du dass du gar nicht großen Einfluss hast das ist so in Firmen wenn du wenn du aufsteigst merkst du ja dass ab einem gewissen Punkt brauchst du mit Logik nicht mehr kommen das ist nicht weil du das jetzt besser sich für dich besser anfühlt ist völlig belanglos und also es ist ne besonders großen Firmen ist es sehr auffällig und das hab ich erst sehr spät gelernt und du denkst dann halt irgendwie so ne klingt gar nichts was ich hier mach ja also da kein Lied von singen weißt du weil ähm als Fial-Leiter hast du ja irgendwo eine leitende Position aber keine also keine äh du bist halt kein Prokurist ne kannst du halt nicht wirklich du kannst was in deinem eigenen Haus so ein bisschen verändern aber auch nur äh auf den Schienen die vorgegeben sind ne irgendwie ein Stück weit und äh stellenweise neigig dazu zu sagen jetzt bin ich ja aber hier der Boss und jetzt machen wir das aber so ja aber das will die Geschäftsführung halt nicht aber ich find das Quatsch was die Geschäftsführung sagt ja wir machen das jetzt so na das aber das ist das ist mit ein Problem das haben wir auch schon oft angesprochen das war das genau der Punkt wo ich in meinem Leben nie eine führende Position übernehmen will weil es geht nicht weißt du also ich bin trotzdem noch immer überzeugt dass mit sehr viel Anstrengung bessere Lösungen geschaffen werden könnten die effektiver und für alle besser wären verstehst du was ich meine ja ja aber viele Prozesse sind so in ihrem Dings gefangen dass sie so unflexibel denken können das ist ja das ist auch so was bei Good Doctor geil ist weil er immer so also straight denkt wie er so straight denkt ja wie so ist doch kein Problem warum sollte ich traurig sein dass er traurig ist er ist jetzt einfach tot ja genau oh okay die Folge kann dann sterben definitiv ja okay da kommt noch eine gute Folge wo ein Patient keine Schmerzen empfinden kann körperlich wie seelisch das wird noch richtig gut das ist der maximale Spoiler den ich geben kann okay dann das ist richtig gut wir müssen einen Spoiler Podcast machen muss ich mir aber einen Folgen Guide hoch machen dass ich nicht Sachen erzähle aus der dritten oder so ja 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 lass uns nach der ersten Staffel das machen so ein bisschen frischer machen wir dann einen Episoden Guide auf dann lass uns mal drüber ja genau können wir die Frau vielleicht noch dazu holen die ist ja auch sehr begeistert das können wir ja noch machen wenn mal so ein bisschen was anderes ja oder die Frauen die Frauen wie die Frauen die Frauen mit deiner Frau ich mit meiner Frau dann sollen die Frauen sich unterhalten nein wir zu viert naja ne Quatsch ich weiß ja dass sie da nicht so ne selbst die Frau will ja nicht also wir hatten auch letztens noch keinen Bock drauf sind nur die Männer sind wir die du Blabber Weiber ja genau komm wir müssen mal auf Toilette wieso zusammen wieso geht ihr zusammen ja das geht sich gar nicht an du musst halten what halten Handtasche die Haare je nachdem wie weit der ab fortgeschritten ist geil wie gut ach ja ach ja Bilder so ja ja aber ganz viele vielleicht auch ein Story jetzt hier mit meiner Frau apropos Storys erzählen wir kommen jetzt einfach direkt in den in den Verlauf aber finde ich gut der ich hole mal ein bisschen weiter aus du hast ja ein krasses Thema schon mal mit deinem ersten Video ja ja das machen wir rein ja das sowieso das kommt das war ja schon sehr deep ist mit drin also wie gesagt ich verlinke euch das Video vom Creator heißt ja dürfen wir noch mal kurz Resümee nur ganz kurz ein bisschen Disclaimer noch mal hinterher schieben also wenn wir über das Thema Depression und so reden und das ist wirklich heikel und das wissen wir und das ist auch wesentlich heikler als akte Politik oder irgendetwas wir wissen es nicht besser als wir es in dieser Folge dargestellt haben und ganz wichtig es gibt ganz viele Hilfe Hotlines und 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 es gibt ganz viele Menschen die euch helfen wollen wir denken in unserer Bubble gerade so da drüber und deswegen speichern wir das so aus und wenn einer das anders sieht kann ich es absolut nachvollziehen weil das ist sehr facettenreich was wir auch gar nicht erfassen können in unserer rosanen Welt aber kann nur aus eigener Erfahrung sagen das haben wir ja mehrfach gesagt oder das können wir aus unserer beider Erfahrung sagen das wird gut also das vielleicht ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie wie man es den Leuten zeigen kann aber es gibt immer einen Ausweg und deswegen ist es ganz wichtig dass wir nicht auf diese zwei am Sonntagabend gleich der übermüdeten YouTuber hören ja also ganz wichtig genau also wie du schon sagtest das Thema ist super tief und super umfangreich und davon haben wir gerade mal ein winziges Teil einen Promille an Prozenten sozusagen erfasst also bitte hatet uns deswegen nicht das wäre schön genau so einen Shitstorm kann ich jetzt nicht brauchen ich bin gerade auf meinem Buch ich werde zum König von Rustland also es ist halt wirklich cool wie dieses Rustding sich entwickelt hat und so und wir kamen ja in ein paar Videos vor meinen Auftritt bei dem Talentbettbewerb gab es in einem Bonjava Video in einem in einem Dr. Freud Video war ich mit drin ich war in einem Rocket Beans Video mit drin ich wurde von Pete Smith bei Twitter getaggt und 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 also das sind so Sachen die in den letzten Wochen passiert sind das sind halt schon krass ja das ist doch cool und ähm jetzt kommt die nächste Geschichte halt gestern erfahren äh und zwar äh kennst du Sterzig? ja ja kennst du? also namentlich aber ich kenne ihn nicht persönlich ne namentlich Sterzig heißt er das Kanal hat 148.000 Abonnenten ähm sein ähm Bust Buddy ist Hand of Blood äh die beiden haben gespielt auf dem Server Lenny und Rüdiger und ähm tatsächlich haben sie unsere Geschichte haben sie verwurstet zu einem Video also die haben die Geschichte von Lenny und Rüdiger ähm die Räuber aus dem Räuberwald in Rust und wir sind die beiden Bösewichte in dieser Geschichte ist das nicht cool? also wirklich äh so außen nichts kommt denn drin und wir werden sogar in der Videobeschreibung verlinkt als die Erzfeinde Jack Fleischhammer und Ed Hirtsturz ja der ist richtig cool und wie sie es auch gedreht haben also die haben es ganz fies verändert äh ich wollte schon schreiben da so fühlt man sich äh wenn Donald Trump äh äh Big News ja genau äh äh Sterzig hat mir sogar geantwortet auf meinen Kommentar ich habe geschrieben sehr cool und er schrieb du ja sehr cool also das kann man sich auch mal geben weil die weil die das auch nicht spielen so wenn man so Hand of Bloods Let's Plays kennt dann wisst man der verkleidet sich dafür der macht da viele Sachen für da gibt es dann so kleine Einspieler oder whatever das ist ja mal das ist doch das was ich ja was wir schon oft erwähnt haben weißt du dass ich 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 frage mich immer an den Tag wann der Bluff auffliegt weißt du also weißt du was wir fragen ne welcher Tag welcher Bluff deiner unser Bluff ja zum Beispiel weil im Endeffekt sehe ich mich zum Teil der Kollegen überhaupt nicht als kreativ an oder so weißt du also ich spiele keine geile Rolle ich singe nicht weißt du solche Sachen verstehe verstehst du was ich meine ich bin nur ich naja okay ja Bluff nein das war natürlich überzogen dargestellt aber im Vergleich weißt du was ich meine ich finde das teilweise so cool ja das stimmt ich sehe das ich habe zum Beispiel bei diesem Rust Projekt das hat jetzt nichts mit Rust zu tun und weißt du die jetzt schon die Augenbrauen hochziehen weil es schon wieder um das Thema geht da gibt es so einen Streamer der heißt oh wie heißt der Kräuterbutter heißt der glaube ich ja Kräuterbutter den habe ich zugeguckt erstmal irgendwie ein interessanter Typ also der ist noch der kommt mir ich habe mich so an Aris erinnert weißt du ja so vom Typ her so 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 leicht hippelig jugendlich fresh aber Kräuterbutter hat so grauen Bart weißt du so sehr kraumuliert also dadurch wirkt er halt wie so ein Berufsjugendlicher weißt du wie man vielleicht auch selber ist so oder ne so aber er ist wesentlich jünger habe ich das Gefühl und er hat so ein geiles Setup im Stream wo ich immer wieder vorsitze und total hin und weg bin weißt du wie wie ästhetisch der einen Hintergrund hat ein Hintergrundbild was er für Übergänge in OBS hat weißt du so da sitze ich halt davor und bin echt denk so krass weißt du so auf welcher professionellen Ebene und das war Aris auch damals so oder ist Aris weiterhin so weißt du ein extrem in ästhetischer und designtechnisch streamtechnischer Sache in extremem weit weißt du was ich mache ich weiß wie du meinst ja bei mir ist das so wie so ein Tweet der abgesetzt wird der braucht manchmal ein bisschen länger weißt du weil ich viel zu berechnet bin darüber nachdenke wie ich den dann vielleicht formuliere nicht um besonders witzig zu sein sondern um einfach nur ein dummes Zeug rauszulassen und ich bin immer zu lachs du bist das Gegenteil du bist halt ja du speicherst einfach aus denkst du so ist das Eigenschutz dass du kein Twitter nutzt das kannst du haben oder ich war mal Studi4Z süchtig und das könnte der Punkt sein das ist halt so Social Media dieser Tweet existiert nicht mehr davon über Fleisch schon mal immer öfters lesen weil er ihn lieber gelöscht hat und dann kommt Stay in die Ecke und hat ein Screenshot von gemacht und zieht dich voll in die Scheiße oh nein da wäre ich doch geflasht oh nein siehst du genau das ist es ich würde mich ja wieder mit Leuten anlegen da würde ich sagen hier guck mal ja das ist wie der Kumpel der besoffen einfach unerträglich ist den du dann zurückziehen musst oh nein er hat schon wieder seine Uhr abgemacht nein jetzt will er bis ich prügeln ja genau die die Uhr wieder an dieser mal lassen das ist anstrengend hör doch mal auf zu provozieren mach doch ja nichts so Flitzpeper hör mal auf zu provozieren so inhaltig wirklich besser Mann ich kenne auch niemand lüchtern einwandfrei 1a Mensch betrunken so leicht zu reizen das schwierig ja ach und Eskalation war halt auch immer wenn er die Uhr abgenommen hat dann wusstest du okay jetzt also der letzte das war der letzte Satz des anderen entweder wir deeskalieren jetzt hier ganz schnell oder es eskaliert ganz 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 schnell ganz schlimm ja wie kann ich die Kumpel die immer Stress machen müssen ja immer auch unter Alkohol bist du so eh ja ganz ruhig null bei mir merkt man das manchmal auch nicht außer dass ich ein bisschen viel ich will dann eher mit dir schlafen ich werde schmusig schmusig klingt irgendwie nicht so schlimm wie ich will dann eher mit dir schlafen ja das war bezogen auf auf was ich darf nicht spoilern ich kann nichts genaues sagen ich wollte dich weg so du bist dran ich hab meine zwei du hast deine zwei Sachen raus ich hab meine zwei Links ausgespeichert die sind raus ja Gott jetzt bin ich mal der ich hab mich überhaupt nicht drauf vorbereitet ja ich hab mich gleich am Anfang das ist ja wirklich gut gewesen von mir muss ich mal sagen nicht nicht gut ähm jetzt lass mich mal scharf überlegen was hab ich die Woche geguckt und ähm hm es sollen ja es sollten ja immer so Sachen so wo ich sagen würde yo äh gab es keine öffentlich-rechtliche Dokumentation ich hab was was ich nicht verstehe bitte ich mach mal was was ich überhaupt nicht verstehe und das ist mir irgendwie zu hoch und zwar geht es um äh Gumbug the shape that shouldn't exist mhm hab ich gesehen das ist so was mathematisches irgendwie ich keine Ahnung zum ersten Mal von gehört es geht um ein eine äh eine Zustandsform von einem Objekt also wenn du keine Ahnung ein ein Kegel so ein Stehaufmännchen ne es hat ja irgendwie es gibt eine stabile und eine nicht stabile Seite so hab ich es verstanden und es gibt Objekte die haben mehrere stabile und nicht stabile Seiten und boah war das ein Brainfuck und darum geht es und es geht um einen ein Tool was nur diese zwei hat er hat eine stabile und eine nicht äh eine so hab ich es verstanden aber ich verstehe es manchmal nicht weil für mich ist jegliches anderer Punkt außer stabilen Seite ist ja instabil vom DS also meine Theorie würde nicht stimmen verstehst du was ich meine also ein Ei ne ja es ist ja es ist halt auf dem auf der auf der Unterseite nicht stabil wenn man es hinstellt also senkrecht so wie es in Eierbecher gehörte auf der Spitze ist es nicht senkrecht weil es drollt sich zur Seite und will auf diese seitliche Lage gehen und hat eine stabile Seite auf der Seite also wenn es flach liegt und ja das verstehe ich aber für mich ist es ja nicht oben und unten und also an der Seite sind doch ganz viele Seiten wo es liegen kann verstehst du was ich meine das sind nicht für mich nicht drei sondern das sind für mich zwei nicht stabile und der Rest ist immer stabil im Kreis gedreht das siehst du nur so weil das von der vom Foto her so ein bisschen komisch aussieht die sind aber gewölbt diese seitlichen ne das das weiß ich ich rede jetzt von dem Ei achso und es wird erklärt dass das Ei zwei instabile nämlich Spitze oben und unten hat und eine stabile aber für mich ist außenrum sind ganz viele stabile ne außenrum zählt als eine weil es ja ja weiß ich ja warum weil es weil es eine zusammenliegende Fläche ist ne na gut aber das ist ja oben und unten auch auch wenn das ja aber es liegt halt immer da wenn du es oben drauf stellst rollt es zur Seite wenn es unten drauf steht rollt es zur Seite ok auf jeden Fall war ich maximal verhört hab es nicht verstanden und vielleicht gibt es ja also keine Ahnung für mich war das so ein Teil des Internets wo ich davor so hä also so für mich war es schon philosophisch weil das Gefühl hab dass das Nonsens ist aber wahrscheinlich bin ich einfach zu doof das zu kapieren egal ich mach das Video rein ihr stellt euch auf Fragen ob ihr es versteht oder nicht versteht Gömböck das ist wie auch immer du das hinstellst das wird immer zu der Lage gehen ja zu seiner stabilen Lage gehen guck dir das Video an und das ist nicht das was er wirklich erklärt also es ist keine Ahnung mich hat es verwirrt ich hab nur die ganze Zeit gesagt what und was hab ich noch ähm und zwar war zu zocken ähm da kommt ein Spiel raus das nennt sich hier The Day Before ist von den Machern von äh The 8-9 The 9-8 ähm ok sehr gefährlich weil ich es nicht wirklich weiß auf jeden Fall vom kleinen Indie-Entwickler-Studio ähm die ein ganz anderes Spiel gemacht haben so ein Survival-Spiel isometrische Perspektive und die kommen jetzt mit dem Spiel das sieht grafisch aus wie äh The Division Teil 3 von mir aus oder 2 oder keine Ahnung was da ist ähm The Day Before ein ähm ist ein ein Spiel fast apokalyptisches genau und es sieht schon fast so gut aus und dann wurde ich noch angeschrieben vom PR-Manager ob ich nicht Bock hab das mal ein bisschen früher zu zocken ach das ist so und da hab ich dann nur gedacht so ja bitte schnell es soll im März irgendwann rauskommen ich weiß nicht ab wann man das dann zocken darf auf jeden Fall sieht auf jeden Fall sehr hart nach The Division aus ja optisch auf jeden Fall spielerisch seh ich da jetzt auch noch nichts äh da seh ich so ein bisschen erinnert mich so ein bisschen an ach wie hieß das denn was wir zusammen gezockt haben Teil 2 mit diesen Zombies wo man sich eine Basis gebaut hat und da gibt es so einen Clip oder gab einen Clip das Auto ist noch stabil oder explodiert sondern es ist noch explodiert State of Decay ja der geht da und noch und dann ging er auf einmal in die Luft so State of Decay ja aber aber das ist hier realistischer The Day Before ist sehr viel realistischer von der Grafik her ja ja genau es ist kein Comic und ich ersetze jetzt gerade nochmal den Ding durch den offiziellen IGN Trailer ähm ja genau also mir sieht es zu gut aus und dann stellt sich mir ganz ganz schnell die Frage jo das sieht schon geil aus aber was ist denn jetzt das Spiel Game oder was naja also wahrscheinlich wird es äh ich hab nicht zergesen wer ist denn ein Feind wer ist denn ein Feind wissen wir das die Zombies Zombies oder das ist ein Zombiespiel ja ja Scavengers okay Zombies ja ja und andere Spiele halt also so ein bisschen keine Ahnung PvP oder also mir sieht es technisch zu gut aus also um wahr zu sein und der Entwickler hat normalerweise jetzt eher nur kleines also kleines Spiel gemacht ich verstehe nicht das kommt mir irgendwie nicht aus der Richtung ja die haben isometris Survival Spiel gemacht das passt für mich nicht warum man auf einmal dann wenn sie es hinkriegen gut aber bin nur skeptisch das sieht sehr gut aus der Trailer sieht wirklich ja aber ja okay ich guck mir jetzt hier so Gameplay an und das sieht schon sehr gescriptet aus also ja ja der Trailer also auf jeden Fall die haben ja auch das ist jetzt erst der Announcement Trailer gewesen also das ist ja nicht wirklich was wo man sagen würde ähm ne ähm ja mal gucken wann es wirklich was zum Spielen gibt von Delato was sehe ich gerade weil die Zombies reagieren auf Geräusche und schlafen oder wie heißt das hier ähm I am Legend genau also die ja zeige mal naja hmm ich bin gespannt also losstelle ich schon mal wieder und wie richtig na aber das ist ja wir werden sehen ja wir werden sehen ob es was kann so meine ich das coole Grafik ist noch kein Spiel da bist du ja auf jeden Fall äh ich hätte sowas Bock auf Truck Simulator sowas also Euro Truck was da hätte ich mal Bock drauf würde ich gerne mal ausprobieren ich kann noch nicht mal einparken mit so einem Scheiß Truck ich hab's jetzt probiert wo Wodan das gesuchtet hat bevor Rust losging und ich bin zu doof mit so einem LKW einzuparken bei was Entschuldigung bei was Euro Truck Simulator ach so hab ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt aber ich hatte gesagt ich hätte mal Bock auf Euro Truck oder Truck fahren ja das du da bin ich auch dabei da gibt's das kann man nicht im Multiplayer spielen ja deswegen also wenn wir das hinkriegen dann äh ja aber das ist so haben wir das schon mal probiert und eigentlich wollten wir mal die zwei auf Achse machen aber ne das Problem ist dass ich erstmal das Grundspiel kapieren will bevor ich mich auf ein Multiplayer Server begebe wo viele professionelle Leute fahren und ich krieg dann bei der äh keine Ahnung ich muss Ware irgendwo abliefern und brauch zwei Stunden um den Scheiß LKW da zu parken also du hast ja die Möglichkeit auf dem Spiel zu sagen ich komm da an und drück A weißt du und drück das direkt ab was im Multiplayer hoffentlich auch so ist weil da will ich natürlich jetzt keinen die Laderampe blockieren wenn der da weißt du normalerweise seine Tour macht in und dann steht da irgend so ein Honk und blockiert das Ding ja man kriegt ja irgendwie mehr Geld wenn man das manuell macht weil ich keine Ahnung ich war ein Auto würde ich es mir eher noch zutrauen ja das ist schon ja ein LKW fahren einpacken ist was anderes als ein Auto weil andersrum also mit Hänger noch oh Gott der Hänger ist das Problem das habe ich einmal oh Gott warum war dem nicht gerade leicht dass man Hänger hinten dran ist das muss ja nur so ein kleines Alu Ding sein das ist ja schon scheiße ja das stimmt so jetzt hast du dich wieder vor dem Beschluss gedrückt hier wieso ich habe doch zwei habe ich nicht zwei wollte zwei oder bekommen wir noch was also ansonsten habe ich mir also wenn ich jetzt hier so durchgehe ich habe mir Restaurationsvideos alle wieder angeguckt ich habe einen neuen gefunden ähm LADP Restoration in der Restauration von so einem Brotschneider angeguckt keine Ahnung aber das ist jetzt nicht so besonders dass ich sagen würde er macht das ganz anders oder besser als das was man so im Internet sieht mhm Daily Dose habe ich wieder ein bisschen gesehen ich habe Pierre M. Krause mit seinem weißt du Kurzstrecke da wo er einen Prominenten begleitet habe ich gesehen ja Ken Block wie er mit Christa Malme die einen Unfall baut das war vor vielen vielen Jahren dann diesen einen den habe ich schon mal gesehen den habe ich mal erzählt der diesen Spider-Man Anzug gebaut hat oder dieses Spider-Man Netzschießteil weißt du wo er sich wirklich mit hochschießen kann und hochziehen kann mhm kann sich vielleicht erinnern und der hat die Black Panther Schuhe gebaut die halt so unhörbar sind wenn man Entschuldigung wenn man auftritt hat er gestern das erste Mal Black Panther geguckt übrigens ich habe ihn noch nicht gesehen ja ganz cool kann man sehen definitiv apropos was kann man noch sehen ganz kurz und nochmal ein Tipp und zwar war das bei fuck in Netflix und der heißt Escape Room richtig Escape Room ist ein Film und ist das Netflix oder nicht ich sag mir das dann ist das ich meine der war bei Netflix der heißt Escape Room der Film ja Escape Room heißt der und ist ein Film keine Serie ist ein Film und da geht es halt auch es geht halt ist ein Horrorfilm kann ich Horror kann ich nicht gucken ne ist nicht horrormäßig ist halt eher so man sieht auch nur wenig Blut also es ist jetzt nicht Saw ne aber der guckt nicht so weg der ist okay eins oder zwei den ersten der ist von 2019 das hier sehe ich den hier Escape Room ist er in den Top 10 der war jetzt gestern war er auf jeden Fall in den Top 10 bei Netflix ist das mit so einem farbigen Hauptdarsteller RIN Hauptdarsteller RIN aber da also es sind mehrere Leute die dann da eingesperrt werden in so einem Raum sechs Unbekannte müssen mit einer Krips in einer Reihe tödliche Escape Rooms bewältigen die ihre schlimmsten Ängste wahr werden lassen wer scheitert der stirbt ah ok dann ist auf dem Cover war einer der so wie so ein Rubik's Cube in der genau der Dings hat der ist echt okay also ich hab echt nichts erwartet aber das ist nicht so aber der ist nicht so trashig gemacht der ist ganz gut gemacht die Kommentare sind ganz gut die Unterhaltung sind okay die ist nicht die ist nicht nicht gleich klar wer wie was damit zu tun hat und so kennst du sie Cube ja ok vergleichbar ne wahrscheinlich die Cube ist ja mehr auf so einer höheren Ebene ja genau ne ist nicht vergleichbar ne ne ist nicht vergleichbar sowas find ich mich zum Beispiel gut also Cube so den hab ich schon x-fach gesehen ja na von den wenigen Filmen es weißt du ist nicht der beste Horrorfilm oder der beste der spannend der war sehr es war relativ spannend so punktlich sehr spannend der war sehr relativ spannend also du hast schon oft so Dinger gebracht die wirklich gut waren also ich fand den ja Ryan ach wie hieß er denn dieser Soldat guck mal der hat 4,2 bei bei Dings hier IMDB sehe ich nicht IMDB 4,2 oder nein nein bei Dings Amazon ja das ist doch gut das ist ja schon gut 88% der Nutzer gefiel dieser Film ja wobei man sagen muss dass die oft sich stark unterscheiden also Escape Room auf Amazon Bewertung und IMDB IMDB hat er 6,4 nur aber ist auch kein Schrott das ist kein Schrott nee das meine ich damit das ist kein Schrott wenn ihr wirklich keine Ahnung habt was man gucken soll bitte also kann man ich hab mir zum Beispiel mit Jason Statham diesen High Film Mac ja das ist auch so ein Film oh Gott der war so was echt du armer ey das ist Jason Statham ja aber trotzdem der war wirklich schlecht der ist schlecht ja im Kino krass ja gut aber der kommt vielleicht ganz gut im Kino wegen der Große ja da war das schon cool mit den Effekten und so das war ja jetzt in Ordnung aber das war doch schon ich war damals in Batman in Dark Knight Kino ja ich vermiss Kino Dark Knight hab ich auch im Kino gesehen oh ja ja da war gut oh Bitcher ach man so schade er wird ja irgendwann wieder sich in die richtige Richtung bewegen also tut es ja gerade auch schon ein Stück weit jedenfalls na Kinos nicht nee aber zumindest die richtige Richtung geht was die Zahlen angeht machen wir so richten wir uns mal auf 2022 ein und dann das was früher lässt dann überraschen ach egal jetzt haben wir kein gutes Ende wir müssen was lustiges ich meine wir können jetzt nicht über hier wieso gammeln wir brauchen jetzt irgendwas rauswerfen ja genau witz erzählen fips asmon witz asmon nee aber wir können sagen schaltet ein auf twitch wie immer ein bisschen eigenwerbung weil irgendwelche coolen spiele kommen immer wenn es nicht rust ist gibt es wieder was anderes gutes definitiv ja definitiv würde mich sehr freuen wie gesagt morgen ich weiß noch nicht vielleicht machen wir rust vielleicht nicht ich bin mir noch nicht was steht sonst an nochmal dings nochmal frostpunk also muss ich auf jeden Fall nochmal weitermachen das steht auf jeden Fall fest ich werde sehen ich möchte mich da jetzt nicht festlegen oder so mache ich den spontan ansonsten Mittwoch auf jeden Fall Hirnsturz Fleischhammer Wodan Bob Della Bandit und nicht genau ab 19 Uhr zu guter Letzt auch Frau Field Angel also wir werden wahrscheinlich einen fließenden Übergang machen ich werde entweder was anderes streamen oder davor schon mal und dann dazustoßen aber dann wieder heiß übergeben so nach neun rum weil ich habe bei früh ich habe gemerkt wenn ich nicht ganz so spät ins Bett gehe bin ich viel ausgeschlafen am nächsten Morgen nein du wirst es nicht glauben was ist da denn los das ist der Pro-Tipp für nächste Woche geht früh ins Bett was ist da denn los ich freue mich drauf vielleicht habt ihr Bock auf Mittwoch vielleicht habt ihr Bock auf Montag oder auf Dienstag gibt es mich in Valheim bei mir zu sehen Wikinger Survival Aufbauspiel ja mal gucken auf jeden Fall schaut vorbei habt eine gute Zeit bleibt vor allem gesund schaut euch unsere Video-Tipps an und bleibt gesund das hatte ich schon wir hören uns nächste Woche herzlichen Dank für den Zuhören meine Damen und Herren Hände waschen nicht vergessen und die Maske über die Nase danke tschüss ich winke von mir aus gut